Hallo meine Lieben, ich filme heute wieder mit. Es ist gerade eher so mittelmäßiges Wetter, aber ich möchte jetzt trotzdem Kutsche fahren gehen. Ich hoffe es fängt mich an zu regnen, gerade eben was noch richtig schön. Ja, ich werde heute einfach so ein bisschen mitfilmen. Ich werde jetzt erstmal Kutsche fahren, dann gehe ich in den Stall und Paula und Shania kommen zum Reiten für Conny. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefilmt habe in einem YouTube-Video, aber die sind ja jetzt beide umgestiegen auf Conny und da werde ich ein bisschen mitfilmen. Also seid gespannt, wie das klappt. Das klappt nämlich schon eigentlich richtig gut. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Was ich euch noch sagen wollte, es gibt nämlich auch von mir ein paar Neuigkeiten. Ja, wie soll ich das sagen? Also, ich habe ja meinen Realschulabschluss gemacht. Und weil jetzt auch die Fragen kamen, wenn ich irgendwie morgens Videos poste vom Stall oder so. Ich gehe nicht mehr zur Schule. Ich arbeite gerade beim Reitsport Fröhlich in Weiterstadt und fange da im August meine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau an. Und es macht mir auch mega viel Spaß. Und es ist natürlich mega cool, weil man halt so mit der Materie bekannt, vertraut ist und so weiter. Und ja, es ist mega cool und das wollte ich euch eigentlich auch nur einfach so mal gesagt haben. Ich bin da jetzt auch so ein bisschen überlegen, vielleicht wenn ich mal so ein Alltagsvideo drehe von morgens bis abends, ob ich vielleicht auch mal das abkläre, dass ich dort, wenn ich dort arbeite, ein Video machen kann und euch einfach mal so ein bisschen zeige, wie es da so aussieht, was so meine Aufgaben sind. Und ja, ich glaube, also ich denke, das müsste auf jeden Fall klappen und vielleicht interessiert euch sowas ja auch. So sieht übrigens gerade die Kutsche aus, weil bei uns ist überall so matschig durch den ganzen Regen. Und wenn ich dann durch den Wald fahre, dann kann das danach durchaus so aussehen. Also die muss ich jetzt erstmal kurz ein bisschen abbürsten. Und wenn das Wetter dann mal besser wird, okay, es sieht gerade gar nicht so schlimm aus, dann wird die mal komplett sauber gemacht. Aber jetzt bringt das halt einfach nicht wirklich was, weil wenn ich einmal in den Wald gehe, dann sieht es halt gleich wieder so aus. So viel dazu. So, eigentlich muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich um elf Uhr in den Stall muss. Guckt euch mal dieses Pony an. Fly, was hast du denn gemacht? Hast du im Heu gebadet? Guckt euch mal das. 의�isch. Was? Schöne. hardly lebt. Was? Was? Ja. Ch Bruin. Bis zum nächsten Mal. 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 Na, da kannst du ja jetzt richtig losgehen. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und wieder Schritt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Denk an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.